1. 2. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 7. 7. Statt Dingens, da bin ich gut. Wir haben es halt auf. Aber pass mal auf, nicht dass so nicht noch Fisch geht. Haben wir da über 91.5 verloren in der Saison? Gegen, 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 gegen. Ich hätte fast auf Werdero getippt. Verloren? Kein. Habe ich mir Mühe gegeben. Ich habe überhaupt keine Beinabwehr, also von daher, da bin ich, da bin ich zu langsam, habe zu wenig Kraft. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich frejesse in Stahndauer. Untertitelung des ZDF, 2020